Hallo Leute, willkommen bei Planet Zoo. Dies ist Teil 24. Ja, hier haben wir jetzt endlich unsere Wildhunde friedlich vereint. Und meine Überlegung ist irgendwie schon, ob ich nicht vielleicht lieber die Hyänen auch hier unterbringen soll. Denn ich denke mal, dass das zwar im Spiel wohl nichts ausmacht, wenn Raubhunde neben Garzellen das Gehege haben. Aber in echt würde das die wahrscheinlich schon irritieren. Die Raubtiere wären immer zu in Raubstimmung und die Antilopen und Garzellen wären wohl immer zu verängstigt, wenn sie den anderen so dicht riechen könnten. Und nun ist dieses Gehege hier halt ein bisschen zu klein. Das hat 1124. Und jetzt habe ich hier geguckt bei den... Das sind die Nialer. Ja, die brauchen nur ein kleines Gehege. Was ich erstaunlich finde, weil die wollen ja auch rennen. Aber ich wollte jetzt hier nach Tüpfelhyänen gucken. Die brauchen 1162 für ein Tier. Das heißt, dieses Gehege da, das andere, ist nur ein bisschen zu klein. Und jetzt gucke ich nochmal, wenn eine zweite dazu kommt, die wollen natürlich auch zu mehreren sein. Also zwei bis vier. Dann brauchen sie ein bisschen mehr Platz. Und wo ist der afrikanische Wildhund? Ich schätze mal bei A. So. Die wollen auch 1062. Also ist im Prinzip praktisch das Gleiche pro ein Tier. Die sind aber gerne zu mehreren. Die fühlen sich jetzt zu zweit auch schon wohl. Aber die wollen gern mehrere Männchen und mehrere Weibchen haben. Und ich denke mal, ich lasse die mal Babys kriegen. Und danach setze ich sie dann auf Verhütung. Und ich würde jetzt wohl versuchen, erst mal dieses Gehege ein bisschen größer zu machen. So vielleicht nach hier hin ausdehnen. Da ist ja noch Platz. Und dann würde ich hier so eine Ecke rausschneiden. Weil ich möchte gern die Uferlänge schon ungefähr beibehalten. Damit man auch vom Boot aus die Wildhunde sehen kann. Aber ich denke mal, hier kann man durchaus so eine Ecke rausschneiden. Und dann ist das für die immer noch mehr als groß genug und würde auch für die Tüpfelhyänen reichen. Und dann haben wir die Kleinraubtiere beisammen. Ja, das mache ich jetzt gerade mal. Dann muss ich hier natürlich auch Felsen hinpacken. So. Das mache ich mal zuerst. Und ich gehe vielleicht in den Pausenmodus. Damit die mir nicht beim Umbauen abhauen. Und man weiß ja nie, diese Schlinge. So. So. Dann drehen wir mal. So. Okay. Dann könnten wir das hier auch verschieben. So. Gucken, wie weit sich das dehnen lässt. Doch, das geht ziemlich weit. Da habe ich Glück gehabt. Dann mache ich hier aber schon einen Pfosten dazwischen. Gut. Super gut. So. Ja, das reicht ja schon fast. Mein Gut, ich könnte hier noch einen Pfosten dazwischen machen und hier so eine kleine... Komm. Kleine Ausbuchtung machen. So. Hier ein bisschen schieben. Okay. Da kann man dann vielleicht noch einen Busch hinsetzen oder sowas. So. Das ist jetzt aber nicht das Erste, was ich mache. Die Hyänen brauchen wahrscheinlich auch Grasland. Und mal gucken. Wir hatten hier Grasland und Afrika. Und ich glaube, die Hyänen wohnen auch im Grasland. Ja. Es ist also das gleiche Biom. Dann kann ich die Bäume einfach lassen. Und dieses Ding hier, das verschiebe ich mal ein bisschen. Und das wollen die Wildhunde bestimmt behalten. Und das verschiebe ich auch mal ein bisschen. Ach, nehmen wir das mal hier hin. Das wird ja sowieso nur selten benutzt, weil die dann lieber ihr Zebra jagen. Okay. Okay. Ja, mal gucken, wie ich das am besten veranstalte. Hier kann man dann auch noch näher an den Weg rangehen. Das bringt dann auch noch ein bisschen was. Weil es ist ja kein Streichelzugehege, wo man einen größeren Abstand braucht. Also einen größeren Abstand zum Weg, meine ich. So. Okay. Da hat doch schon einiges geklappt. Ja. Das ist jetzt so. Mir war bewusst, dass die Bäume dann ins andere Gehege kommen. Aber das macht nichts. Die kann ich... Ich kann ja hier dann einfach noch neue reinsetzen. Ich denke mal, jetzt fange ich an, die Pfosten einzeln zu versetzen. Damit das ein bisschen organischer aussieht. Und das schieben wir hier näher zu den Besuchern hin. Ist auch noch ein bisschen Gesamtgröße gewonnen. Das hat jetzt zwar eine komische Form gekriegt, diese... Dieses Holzding. Aber ich denke mal, damit können wir leben. So. Hier. Das wird auch näher herangeschoben. Dann können die Gäste auch besser gucken. So. So. Jawohl. Ich würde schon sagen, das hier ist um einiges vergrößert. Dies hier wirkt immer noch größer. Vielleicht verschiebe ich das doch noch mehr nach... Also, dass ich hier noch so eine Ecke mache. Weil mir scheint das hier doch noch deutlich größer. Mal gucken, was sich so machen lässt. Na komm. Ah. Hm. Barriere bearbeiten. Hier. Das da will ich. Jawohl. So. Okay. Muss ich hier wo eins zwischensetzen. Okay. Und hier ist jetzt der Baum im Weg. Dann schiebe ich das hier mal so rüber. Na komm. So. So. Aha. Ah, weil das da auf den Weg kommt. Na gut, dann muss ich hier noch irgendwie umbauend tätig werden. Setzen wir hier noch eins rein. Da müsste das gehen. Jawohl. Und jetzt hat das hier noch mehr komische Formen gekriegt. Dann setze ich hier auch einfach eins dazwischen. Und kann ich da noch besser anfassen. So. Das ist jetzt nur 1,30 hoch. Das sollte es natürlich nicht sein. So. Ja. Das ist jetzt zwar nicht optimal, aber ich denke mal. So. Okay. Dann gucke ich mal. Wie groß das jetzt ist? 1,452. Gut. Da müssten dann auch mindestens zwei Tiere gut reinpassen. Vermute ich mal. Und das ist immer noch 1,700. Okay. Ich hätte da also im Prinzip noch mehr rausschneiden können. Hm. Ich verschieb' ich verschieb' ich verschieb' den mal. Könnt' man ja schon machen. Einfach das hier noch. Wenigstens noch so eine Ecke. Das mache ich gerade mal. Ja, jetzt ist es noch etwas gerechter verteilt. Hier haben wir jetzt 1556 und hier haben wir 1668. Und da die Wildhunde ja vielleicht noch einen Satz Kinder kriegen. Obwohl die Hyänen sind auch gern zu viert. Aber ich denke mal, so kann man das nehmen. So. Dann stellen wir hier so einen Baum hin. Und hier auch. So. Und den mache ich hier so rüber, damit beide Gehege was davon haben. Ist die Mauer zu kurz? Zu niedrig? Ne, werden wir sehen. Das kriegen wir ja gemeldet. Und es sieht natürlich komisch aus. Aber das kann ja durchaus sein, wenn der Zaun nicht sehr tief geht, dass der dann da drunter durchwurzelt und auf beiden Seiten wuchert. Das ist so meine Idee. So. Ja, ich denke mal, bepflanzen tue ich das später. Jetzt kommen hier erstmal die üblichen Einrichtungen hin. Die so eine Hyäne gerne mag. Tüpfelhyäne. Tüpfelhyäne. Hm. Die wollen sogar eine Beschäftigungsfutterbox. Gerne doch. Und einen Baumfutterspender. Ah, ich habe mal bei Wikipedia gelesen über die Hyänen. Und... Wie, 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 wie... Jetzt habe ich auch den kleinen Panda gewählt gehabt. Die Tüpfelhyänen wollen keine Futterbox. Und auch diesen Baum wollen die nicht. Nun gut. Dann halt nicht. Aber sie wollen auch so einen Zebra haben. Also, ich habe bei Wikipedia über Hyänen gelesen. Ich wollte mal wissen, ob das überhaupt eher Hunde oder eher Katzen sind. Und vom Gefühl her hätte ich jetzt gedacht, dass Hyänen eher Hunde sind. Aber stimmt nicht. Das sind Katzen. Ja. Da habe ich mich gut geirrt. Und ich finde das immer noch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen merkwürdig oder erstaunlich. Ja, weil für mich wirken die eher hundeartig, die Hyänen. Aber es stimmt nicht. Geben wir ihnen noch einen Pappkarton. Ah, ich denke mal, jetzt fürs Erste haben sie genug. Ja, auch einen Fußball kriegen sie. Und dann werden wir sehen, ob die hier auch fliehen können oder nicht. Und gegebenenfalls müssen wir hier halt noch Felsen oder eine Glaswand hinmachen. Jetzt kaufen wir mal Hyänen. So. Ich habe hier gelacht, weil ich da aus Versehen noch einen Wildhund dazu gekauft habe. Na ja, im Sandbox-Modus macht das hier überhaupt nichts aus. Und selbst im Franchise-Modus, ja, dann hätte ich es halt gemacht. So ungefähr sechs Jahre. Ja, das geht. Die sterben ja hier sowieso nicht an Altersschwäche. Ja, nehmen wir den. Ein und sie. Und senden sie gleich mal an den Zoo. Und ihn auch. Und dann schauen wir mal, was die noch für Detailbedürfnisse haben. So, wird bestimmt ein bisschen dauern. Weil das nächste Handelszentrum ist, glaube ich, eine Ecke weit weg. Ich wollte ja hier irgendwo auf die Insel noch ein Handelszentrum bauen. Aber so weit bin ich halt noch nicht. Oder habe ich hier eins gemacht? Nee. Das sind nur Wassergebäude, glaube ich. Naja, wird schon kommen, die Hyäne. Und dann werden sie mir genau erzählen, was ihnen hier nicht passt. Und wo sie flüchten können. Da kommt jemand. So. Jawohl. Zack, zack. Und jetzt gucken wir mal. Ja, ein bisschen zu wenig kurzes Gras. Das lässt sich machen. So, wunderbar. Ja, prima. Ein bisschen mehr Erde könnte man machen. Dann sollte ich aber noch mehr kurzes Gras haben. Aber kann man ja erst mal so lassen. Die Größe ist jetzt gerade gut. Also es ist mal anders als sonst, wo ich immer die 3- bis 10-fache Gehegegröße habe. Das reicht jetzt gerade. Womöglich, wenn die Kinder kriegen, wird es dann sogar ein bisschen eng. Aber dann bleiben sie halt zu zweit. Die Bepflanzung, da sind sie auch schon zufrieden mit. Aber ein paar Pflänzchen könnte man noch machen. Aber. Erstmal muss ich gucken, ob sie flüchten können. Jawohl. Da. Fröhliche Fluchtgefahr. Und sie können auch da flüchten, wo ich Felsen habe. Tja, das bedeutet dann leider, dass ich da eine Glaswand machen muss. So, Barriere bearbeiten. Schade, schade. So. Okay. Und die ziehe ich dann aber ans Land. So weit wie möglich. Huch. Das wollt ihr nicht? Na gut. Ich meine, sie sind nicht sehr weit im Wasser, die Gehegedinger. Okay, okay. Ich lasse es hier an. Gut. Da müsste die Fluchtgefahr jetzt gebannt sein. Mal gucken. Jawohl. Na prima. Dann können wir uns ja mal um die Hyänen kümmern. Ach, gefährlich. Ich weiß nicht so recht, ob das hier ist. Was jetzt wegen des allgemeinen Images ist, dass die Hyänen halt so haben und wo man, man, also auch ich, mit aufgewachsen ist. Mit diesem, oh, die Hyänen sind unangenehme, unfreundliche Tiere oder so. Oder ob die wirklich so irgendwie ein bisschen unsympathisch daherkommen. Wir können ja auch mal gucken, wie sie dann sind, wenn sie Babys haben, ob die dann wenigstens niedlich aussehen. Aber es sind ja faszinierende Tiere, auch mit interessanten Sozialstrukturen und so. So irgendwie matriarchalisch und solche Geschichten. Und begeisterte Fußballspieler. Und begeisterte Fußballspieler. Naja. Denen geht's ganz gut. Jetzt bestelle ich mal das beste Futter für sie. Das können wir uns hier ja leisten. So. Sollte ich auch mal bei den Wildhunden einstellen. Aber jetzt gucken wir hier erst noch mal nach den Hyänen. Hyänen. So. Ja, ein paar Bäumchen kann ich ja noch. Will ich hier auch so eine willkürlich platzierte Felsengruppe machen? Muss man ja jetzt auch nicht überall machen. Sonst werden die Gehege auch zu sehr ein Abklatsch voneinander. So. Graslandschaft. Und Afrika. Gut. Wohl verteilt. Ich mein, hier könnte man noch was machen. Und vielleicht irgendeinen kleinen Busch mitten in die Mitte. Dass es hier nicht so... ...zu kahl aussieht. Vielleicht eine... Oh, das Erdferkel steht auch kurz vor der Inzucht. Aber ich glaube, die haben alle Verhütungsmittel gekriegt. Nur die neuen Tiere noch nicht, weil da will ich ja, dass die Babys kriegen. Ja, das finde ich hier jetzt ganz nett. Weil das das Ganze so ein bisschen auflockert. Und hier hinten vielleicht noch eine Haken-Dorn-Akazie. So. Sehr schön. Und ich glaube, das war die, die sich als Busch eignet. Gucken, wo ich den hin platziere. Hier vielleicht. So. Ein bisschen Platz haben wir noch. Dann mache ich hier vielleicht so ein Rohrschilf bei der Hütte. Das fördert auch deren Privatsphäre. Und hier... Da war mal die alte Grenze. Ich setze da einfach auch noch einen hin. Dann ist hier so der Grenzbereich mit dem Rohrschilf besetzt. Und den Rest lassen wir hier zum Gucken. Und vielleicht beim Wasser ein bisschen Rohrschilf. So. Ja, noch ein bisschen geht. Vielleicht hier innen ein paar Blümchen an den Rand. Zur Begeisterung der Besucher. So. Und... Und... Oh, Elefantengras. Vielleicht mal hier ein Papyrus. Ich denke mal, das reicht so ungefähr. Ja, dann können die hier schön rennen. Dann gucken wir mal, wie es den Wildhunden geht. Ja, das Gelände reicht ihnen immer noch. Aber es ist nicht viel Luft. Mal gucken, ob man da noch Babys unterkriegt. Im Zweifelsfall, wenn die sich da mit den Babys schon überfüllt fühlen, dann kann man die ja, sobald die herangewachsen sind, verkaufen. Und dann bleiben die zu zweit. Oder mache ich die gleich? Weil es ist jetzt wirklich nicht viel, was sie mehr haben. Tja. 1300 brauchen sie. Und 1162 waren zwei. Das sieht so klein aus. Oh, die haben schon Babys. Okay. Dann werde ich auf jeden Fall die Alten auf Empfängnisverhütung setzen. Ja. Ja, ich meine, dann ist ja klar, wenn die schon Babys haben... Das ging aber echt zackig bei denen. Wie süß. Ich meine, die sehen auch nicht sehr sympathisch aus. Aber so die Babys sind schon niedlich. Oh, hier hängt das Haus in die Luft. Aber das scheint sie nicht zu stören. Ich meine, gut, das sind eindeutig Hunde. Aber die erinnern mich schon an die Hyänen ein bisschen. Aber Hyänen gehören zu den Katzen. Da sieht man auch ein bisschen, dass die gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ach, jetzt springt er da hoch. Möchtest du das fangen zum Fressen? Klappt das? Probier's nochmal. Da musst du dich aber ordentlich anstrengen. Es hat geklappt. Na super. Vielleicht schiebe ich da unter die Hütte einen kleinen Felsen. Weil das ist, glaube ich, präziser, als wenn ich hier jetzt die Erde aufhäufe. Und zwar nehmen wir diesen Felsen. Oh, einen kleinen Felsen. Ja. So ist es. Wenn ich einen kleinen Felsen drunter schieben will. So. Ich gehe mal hier in diesen Feineinstellungsmodus. Damit ich das auch drehen kann, um zu gucken. Okay. Tja. Das hier wäre jetzt schon passend. Wir müssen dann aber noch mehr hin. Ähm. Wie groß ist der? Hm. Der ist, das ist tatsächlich ein kleiner Felsen. Der ist für diese Aufgabe fast zu klein. Naja. Jetzt haben wir den schon mal hier. Und der... Nun gut. Der ist auf jeden Fall groß genug. So. So. Ja. Das würde schon passen. Und dann kommt hier vorne noch ein kleiner hin. Beziehungsweise ein stark versenkter. Vielleicht nehme ich hier so einen. So. Und den drehe ich ein bisschen. So. Und steht die Hütte halbwegs ordentlich. So. Ich nehme mal an, die haben zwei Babys. Nein, die haben nur ein Baby gekriegt. Okay. Gut, das ist ja in Ordnung. So. Wie schnell der gealtert ist. Ja, dann setzen wir sie auch mal auf Verhütung. Damit sie sich nicht zufällig mit ihrem heranwachsenden Sohn paart. Und dann gucken wir noch mal, wie sich die Hyänen eingelebt haben. Die ziehen da miteinander rum. Lustige Geräusche machen die immer. Ah, es gibt Babys. Und zwar im Juni. Ja. Einmal lasse ich sie Babys haben. Da könnte man ja ihn auch schon mal auf Verhütung setzen. damit es nur einmal Babys gibt und das nicht aus dem Ruder läuft. Die gehen immer so lustig geduckt. Jetzt gucke ich vielleicht auch noch mal nach den Flamingos. Wie es denen so inzwischen geht. Die habe ich ja munter vermehren lassen. Damit es viele gibt. Ja, ich denke mal, da ist noch Luft nach oben. Mal gucken. Die mögen ja bis zu 500 Artgenossen. Ja, 30 sind es jetzt. Da, wie fleißig sie futtern. Und es gibt ja hier mehrere solche. Ja, wäre vielleicht auch noch Platz für noch ein drittes. Gut. Was macht die Gehegegröße? Ah, die stabilen Rückzugsorte. Das wird jetzt knapp. Okay. Und das Gehege ist aber noch mehr als groß genug. So. Dabei haben die schon so viel. Ja, ich kann euch doch nicht euer ganzes Gehege voll mit Rückzugsorten bauen. Leute, Leute. Ja, da könnte ich noch eins hinstellen. Hm. Das sähe dann aber doof aus. Da müsste man dann irgendwie was Natürlicheres machen. Das nicht so auffällt. Also irgendwie... Hier... Hier so hoch. Aber wenn ich dann jetzt was mit Holz mache, das ist dann auch ein Stielbruch. Ne, ich denke da mal drüber nach. Aber eigentlich sind die ja auch schon ganz zufrieden so mit ihren 30 Flamingos. vielleicht setze ich die jetzt auch auf Verhütung. Und sie sind ja immer noch halbwegs zufrieden, auch wenn ihnen der Rückzugsplatz nicht ganz ausreicht. Aber sie sind hier auf 83%. Und die Futterbeschäftigung... Das reicht ihnen auch nicht aus. Uiuiui. Ja, dann werden sie schon langsam zu viel. Dann gucke ich hier nochmal, ob ich da einfach was ändern kann. Und auf jeden Fall werden die jetzt auf Verhütung gesetzt. Nebensqualität, Futter... Gibt's nur dieses Ding. Na gut. Dann stelle ich ihnen hier noch irgendwie so eins hin. Passt überall nicht. Fünf. Ins Wasser? Im Wasser hättet das gern? Nee, geht ja gar nicht. Und hier, da steht vielleicht hier dieses Spiegelmobile im Weg. Na komm. Was ich gerade verschoben hab. Und hier die Kräuterwitterungsmikierung. So. Ja, jetzt passt's. Okay. Ja, ich denke mal, für die Zuschauer sind es auch genug Flamingos. Platzmäßig wird noch mehr reinpassen. Aber es bringt ja auch nichts, wenn dann die Hälfte des Platzes überdacht ist. Da frage ich mich schon, warum die so viel Unterschlupf rauchen. Nun gut. Ja, ich denke, ich mach mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.